darüber warum die hater momentan so extrem aggressiv sind ich denke darüber nach wie das weitergehen soll mit dem scheiß außerdem mache ich mir gedanken wegen dir wegen mir wegen der anderen beiden mädels ich fühle mich im moment ewig gestresst ich hätte gerade am liebsten ein hater den ich als boxsack missbrauchen kann einfach draufhauen ach jetzt so wie der hater verprügeln können der einzige grund warum ich das gemacht habe ist weil ich keine lust habe wegen der wichser auch noch im knast zu landen der einzige grund warum ich von denen noch keinen richtig fertig verprügelt habe die aufnahmen stand einen tag vor dem großen besuch er hat sich nicht raus getraut obwohl ich ihn dazu aufgefordert habe ich war da trau dich kommt zu mir aus dem großen box kommt wurde leider nichts raus aber jetzt natürlich 10.000 mal stärker als alle anderen zusammen ist klar der box kam sehr bestimmt eh so aus na wirst du bescheid niemand wird mich hier unterkriegen blöde fett sagt and there is tough and there is last man standing tough you can only win this match by keeping your opponent down for a set count soo and the official calls it clearly they cannot fight any longer drachenlord hatte nicht die stärke die er braucht um mir gegenüber zu treten hmmm gorken gut dass matthias die leute im hallkreis aufgestellt hat sie versperren rosi den weg matthias hilft der kleinen glas und reift sie zu ihrer herde ein kreifron traut sich nur selten ein tier aus einer gruppe zu erbeuten deshalb ist es für rosi sicherer wenn sie mit den anderen zusammen bleibt jetzt nur um die vor die die über diese Die Stärken war total beeindruckt. Er geht weg.